Hey Freunde, ich bin Vanya aus Moldawien. Bitte liked und abonniert. Ich wurde in einer kleinen Stadt als Tochter einer alleinerziehenden Mutter geboren, die es zu etwas Großem brachte, als sie in die große Stadt zog. Meine Mutter war eine Unternehmerin und jedes Geschäft, das sie gründete, wurde zu einer Goldmine. Und Mama hat mich total verwöhnt. Ich brauchte nur was anzusehen und sie besorgte es für mich. Zu meinem achten Geburtstag fragte ich sie, ob ich einen großen Swimmingpool haben könnte. Und sie ließ einen Wasserpark im Hinterhof errichten. Wow! Oh mein Gott, Mama, du bist die Beste! Nein, für dich tue ich alles, mein Schatz. Und denk dran, was der Arzt gesagt hat. Sprich langsam, dann stotterst du nicht so viel. Ja, ich habe früher viel gestottert, als ich jung war. Meistens hatte ich es unter Kontrolle, aber es konnte schlimmer werden, wenn ich nervös oder aufgeregt war. Aber ansonsten war mein Leben perfekt. Alle wünschten sich, sie wären ich. Das heißt, bis zur 10. Klasse, als ich die Aktien der Firma meiner Mutter eines Tages sah, wie sie abstürzten und ich mit nichts dastand. Wir waren sogar dabei, unser Haus zu verlieren. Ich beschloss meine Freunde, um Hilfe zu bitten, aber sie zeigten ihr wahres Gesicht. Es tut mir so leid, Vanja, aber wir haben auch finanzielle Probleme. Ich würde dir gerne helfen, aber mein Vater arbeitet sehr hart und ich glaube nicht, dass er deiner Mutter Geld geben wird. Er sagt immer, sie sei durch reines Glück reich geworden. Glück? Meine Mutter arbeitet wirklich? Deine Mutter arbeitet wirklich hart? Das glaube ich nicht und Papa hat recht. Und jetzt geh bitte, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, deinen Satz zu beenden. Menschen können sich so schnell ändern. Wir verloren das Haus und Mama beschloss, mich in ihre Heimat zu schicken, wo ich eine Zeit lang bei einer Freundin lebte. Obwohl ich die Vorstellung hasste, von ihr getrennt zu sein, stimmte ich ihr zu. Als ich am Flughafen ankam, hatte ich schon Heimweh. Doch dann sah ich einen Jungen in meinem Alter, der ein Schild mit meinem Namen in der Hand hielt. Hey, du musst wegen mir hier sein. Wow, es ist wirklich heiß hier. Warte, willst du nicht mein Gepäck abholen? Oh, es tut mir so leid. Wo sind meine Manieren? Ich bin Dimitri und ich bin nicht der Diener. Also heb das selber auf. Oh, wie unhöflich. Ich trug mein Gepäck und folgte ihm nach draußen, wo ich einen Esel fand. Wo ist das Auto? Du klingst wie eine kaputte Schallplatte. Das ist dein Wagen, Prinzessin. Also spring auf. Das war mein erstes Mal auf einem Eselkarren. Es hat mir nichts ausgemacht, aber die ganze Fahrt über hatte ich Lust, diesen Jungen Dimitri zu schlagen, weil er sich über mich lustig gemacht hat. Mamas Freundin war sehr nett. Sie umarmte mich sofort, als sie mich sah und brachte mich ins Zimmer. Das ist so niedlich. Meine Katze hat genauso ein Zimmer. Ich musste mein Zimmer für diese Stadtgöre verlassen. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du im Keller schlafen. Da ist viel Platz. Und Haustiere gibt's auch. Ratten. Ha! Was für ein Idiot. Ohne seine tolle Mutter hätte ich dort keinen Tag ausgehalten. Und ich habe meistens versucht, so zu tun, als gäbe es sie nicht. Eine Woche später wurde ich eingeschult und überraschenderweise fand ich sofort Freunde. Aber bald fand ich heraus, warum. Alle Mädchen wollten wissen, wie es ist, mit Dimitri unter einem Dach zu leben. Das ist nicht so toll. Er ist ein Idiot. Ein hübscher Idiot. Ein paar Tage später fand an unserer Schule ein Fußballspiel statt und ich meldete mich freiwillig als Wassermädchen. Dimitri war der Mannschaftskapitän und alle Mädchen riefen seinen Namen. Das war lahm. Klar, er sah gut aus, aber nur ein bisschen. Ich war so mit ihm beschäftigt, dass ich den Spieler nicht bemerkte, der versuchte, einen Ball zu fangen und er krachte direkt in mich hinein. Willst du mich umbringen, Mann? Pass auf, wo du hingehst. Toller Ratschlag, den merke ich mir fürs nächste Mal. Er lächelte wie ein Idiot und lief weg und zwinkerte mir zu. So, am nächsten Tag sah ich denselben Spieler vor meiner Schule mit einem Auto voller Rosen. Sobald er mich sah, war sein dummes Lächeln wieder da. Hey, meine Schöne, die sind für dich. Übrigens, ich bin Nova. Wow, das sind eine Menge Rosen. Ähm, danke? Nova war in der Fußballmannschaft einer anderen Schule, aber er tauchte einfach jeden Tag draußen auf und fragte mich nach einem Date. Ich habe immer wieder Nein gesagt, aber er hat es nicht angenommen. Und dann, eines Tages, saß ich zu Hause und sah ein Auto mit Nova auf dem Rücksitz. Er hatte rausgefunden, wo ich wohnte, aber in diesem Moment sah ich, wie Dimitris Mutter zum Auto ging und der Fahrer stieg aus, überreichte ihr einen Umschlag und fuhr weg. Was hatte das alles zu bedeuten? Später fragte ich Dimitris Mutter und sie erzählte mir, dass ihr Mann früher für Novas Vater gearbeitet hatte und dass die Familie ihr auch nach seinem Tod weiterhin Geld gab. Sie zahlten sogar für Dimitris Schule. Wow, das ließ mich Nova in einem anderen Licht sehen. Aber als er mich das nächste Mal fragte, ob ich mit ihm ausgehe, sagte ich ja. Als Nova mich zu unserem ersten Date abholte, sagte er, ich war überrascht, dass du in dieser Gegend wohnst. Woher kennst du die Leute? Ich erzählte ihm alles darüber, wie ich hergezogen war. Tut mir leid, das klingt hart, aber sei einfach vorsichtig mit diesem Dimitri. Wie meinst du das? Naja, Dimitris Vater hat für uns gearbeitet und wir haben als Kinder zusammen gespielt. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass er es uns übel nimmt, vor allem mit mir. Als ob er mich hasst, weil ich reich geboren wurde und er nicht. Ich bin sicher, dass er nichts Nettes über mich zu sagen hat, selbst nach all dem, was meine Familie für ihn tut. Das fiel mir nicht schwer, das zu glauben. Dimitri machte sich auch über mich lustig, weil ich eine reiche Gürre war. Mein Date mit Nova war völlig unerwartet. Anstatt mich in ein schickes Restaurant auszuführen, hatte er mich in eine Suppenküche für Obdachlose mitgenommen und wir hatten uns als Freiwillige gemeldet. Ich komme immer hierher, wenn ich etwas Besonderes machen will. Das ist ein gutes Gefühl. Der Junge war süß. Als er mich nach Hause absetzte, fand ich Dimitri auf der Reveranda. Im Ernst, du bist mit Nova zusammen? Ist der Rest der männlichen Bevölkerung gestorben? Was ist dein Problem? Er ist nett. Ach ja, wo habt ihr euch getroffen? Ein Waisenhaus oder ein Tierheim, um ein paar arme Welpen zu sehen? Das ist die Art von Ding, die er beim ersten Date macht, um Mädchen zu beeindrucken. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst, was es bedeutet, aufrichtig nett zu sein. Ich habe nicht erwartet, dass du so dumm bist, aber du hast mich überrascht. Eigentlich habt ihr euch gegenseitig verdient. Zwei verwöhnte Belgier. Nova hatte recht mit ihm. Er klang so verurteilend und verbitternd. Ich fing an, mit Nova auszugehen und ich hatte eine gute Zeit, aber er war immer zu großzügig mit ausgefallenen Abendessen und Geschenken, was mir unangenehm war. Nova, ich wünschte, du würdest das nicht tun. Ich kann dir nicht solche Geschenke machen. Ich erwarte das gar nicht, aber ich kann doch meine Freundin verwöhnen, oder? Er küsste mich zum ersten Mal sanft und ich spürte nicht gerade Funken. Und ich hatte das Gefühl, dass er sich viel zu schnell in mich verliebte. Am nächsten Morgen sah ich weder Dimitri noch seine Mutter irgendwo. Und dann fand ich sie beide in ihrem Zimmer. Sie lag mit hohem Fieber im Bett. Als wir den Arzt anriefen, sagte er, sie hätte sich ein Virus eingefangen. Er riet uns auch, zwei Wochen lang nicht zur Schule zu gehen. Ich wollte ihr unbedingt helfen und kochte eine Suppe. Ich trug sie gerade in ihr Zimmer, als Dimitri mich aufhielt. Was ist das? Das ist eine Suppe. Mama hat mir das immer gegeben, wenn ich krank war. Nein, danke, das gibst du meiner Mutter nicht. Woher willst du wissen, wie man etwas kocht, wenn du nie ein Finger krumm machen musstest? Plötzlich bin ich ausgerastet. Dimitri, kannst du nicht einmal deine Klappe halten? Ja, ich war mal reich. Das ist kein Verbrechen. Und ich bin nicht nutzlos und verwöhnt. Ich schob ihn beiseite und ging mit dem Tablett hoch. Gott, ich hatte ihn satt. Später in der Nacht klopfte es an meiner Tür und Dimitri lugte rein. Ähm, es tut mir leid wegen vorhin. Ich hätte nicht so mit dir reden sollen. Ja, das hättest du nicht tun sollen. Aber ist schon okay. Ich verstehe, dass du dir Sorgen um deine Mutter machst. Ja, aber ich war nicht sehr nett zu dir. Ich werde mich bessern. Nach diesem Tag wurden Dimitri und ich so etwas wie Freunde. Wir kümmerten uns abwechselnd um seine Mutter und erledigten Hausarbeiten. Und nachts saßen wir draußen und redeten stundenlang. Er war süß. Und er begann mir richtig ans Herz zu wachsen. Zwei Wochen vergingen wie im Flug und seine Mutter erholte sich vollständig. Eines Tages arbeitete Dimitri im Garten, während ich las. Und ich beobachtete, wie gut er ohne Hemd aussah. Und dann sprach er plötzlich. Hey, Vanya, kannst du mal nachsehen, ob das Wasser aus dem Schlauch kommt? Ich weiß nicht, ob er kaputt ist. Als ich ihn aufhob, sprudelte mir das Wasser direkt ins Gesicht und Dimitri hat gelacht wie verrückt. Mensch, du bist so leicht auszutricksen. Ich hob eine Handvoll Schlamm auf, als er davonlief. Nova tauchte auf. Was machst du mit ihr, du Idiot? Nova wollte gerade Dimitri angreifen, als ich ihn aufhielt. Hey, wir haben doch nur gespielt. Ich habe angefangen. Und warum hast du das gemacht? Hast du vergessen, dass ich dich zum Essen abholen wollte? Willst du ihr jetzt vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat? Die Jungs sahen aus, als wollten sie sich gegenseitig umbringen. Also zog ich Nova zur Seite und sagte ihm, er soll im Auto warten, während ich aufräumte. Ich hatte das Abendessen bei ihm zu Hause völlig vergessen. Nova wohnte mit seinem Vater, der mich herzlich begrüßte. Du wohnst doch bei Dimitri und seiner Mutter, oder? Sein Vater war ein enger Freund von mir. Freund? Komm schon, Papa. Er war unser Diener. Papa ist sehr weichherzig und hilft gerne Menschen. Ohne ihn wäre Dimitri nie zur Schule gegangen. Und ich bin froh, dass ich ihm geholfen habe, denn der Junge ist fleißig und wird etwas aus sich machen, im Gegensatz zu einigen reichen Kindern, die ich kenne. In diesem Moment entschuldigte sich sein Vater und Nova schleuderte seinen Teller an die Wand. Das passiert immer, wenn ich diesen Idioten zur Rede stelle. Papa hat Dimitri immer mehr gemocht als mich. Ich bin sicher, dass es nicht war. Denk nicht, ich sei blind oder dumm. Du magst Dimitri auch sehr, nicht wahr? Du gehst mir seit zwei Wochen aus dem Weg, nur um mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Bist du wahnsinnig? Ich sag doch, seiner Mutter ging es nicht gut. Lügner! Ich starrte ihn schockiert an, als er plötzlich sehr wütend wurde. Vanya, es tut mir leid. Ich würde gerne nach Hause gehen. Bitte, mit dem Fahrer. Auf dem Rückweg war ich erschüttert. Nova entpuppte sich als wirklich seltsam. Und zu Hause saß Dimitri in der Küche und machte ein unangenehmes Gesicht. Du bist früh zurück. Hast du auf mich gewartet? Ja, um dir zu sagen, dass du ein Idiot bist, weil du dich mit Nova triffst. Es ist falsch und schrecklich. Warum kannst du das nicht sehen? Bist du geblendet von all den teuren Geschenken oder zu beeindruckt von seinen schicken Autos und seiner Villa? Ich wollte ihm sagen, dass ich mit Nova Schluss mache, aber das hat mich so wütend gemacht. So, jetzt bist du wieder ein Idiot. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Dimitri, sprich mich nicht so an. Nach diesem Tag haben Dimitri und ich nicht mehr miteinander geredet. Und ich habe auch mit Nova Schluss gemacht. Er flehte mich immer wieder an, ihm zu verzeihen, aber ich blieb standhaft. Es war einfach zu viel. Ein paar Tage später rief meine Mutter an und erzählte mir die erstaunlichsten Neuigkeiten. Ihre Firma lief wieder und sie wollte, dass ich nach Hause komme. Ich beschloss, gleich nach den Abschlussprüfungen in der nächsten Woche abzureisen. Es gab sowieso nichts, was mich hier gehalten hätte. Nach der Prüfungswoche gab es ein großes Fußballspiel zwischen unserer Schule und Nowas Schule. Und ich stellte sicher, dass ich weit hinten auf der Tribüne saß, damit sie mich nicht sehen konnten. Das Spiel war sehr spannend. Dimitri und Nova gerieten auf dem Spielfeld ständig aneinander und hätten sich fast geprügelt. Aber unsere Mannschaft hat mit einem großen Vorsprung gewonnen und Nova stürmte wütend vom Feld. Dimitri sah so glücklich aus und ich wollte ihm gratulieren. Ich dachte, ich würde ihn vor der Umkleidekabine erwischen. Aber als ich in das Gebäude ging, sah ich zwei Jungs, die ihn gegen die Wand drückten, während Nova ihn schlug. Hör auf, Nova, du darfst ihm nicht wehtun. Nova drehte sich mit verrückten Augen zu mir um. Oh, wie besorgt du jetzt bist. Aber es war dir egal, als du mir wehgetan hast. Ich weiß, dass du mit mir Schluss gemacht hast, weil du Gefühle für diesen Wurm hast. Nach all dem Geld, das ich für dich ausgegeben habe. Ich dachte, weil du mal reich warst, hättest du etwas klasse, aber du bist einfach nur geizig. Du bist ein Psycho. Und ja, ich mag Dimitri und zwar sehr. Jetzt verstehe ich, warum dein Vater ihn lieber mag. Das wirst du mir büßen. Ich werde dafür sorgen, dass Papa ihm kein Geld mehr gibt. Ich werde ihn überzeugen. Nein, das wirst du nicht, Nova, denn ich habe alles gesehen, was ich sehen musste und ich bin sehr enttäuscht. Wir drehten uns um und sahen Novas Vater, der gekommen war, um das Spiel zu sehen. Und er sah sehr wütend aus. Er packte Novas Arm und führte ihn weg. Dimitri, bist du okay? Dein Gesicht? Ich hätte auf dich hören sollen, wegen Nova. Nein, ich war unfair und gemein zu dir und es tut mir wirklich leid. Das, was du vorhin gesagt hast, ist das wahr? Welcher Teil? Der Teil, in dem du gesagt hast, dass du mich magst und zwar sehr. Ja, ich mag dich. Magst du mich? Weil ich mag dich. Ich schätze, dann gibt es nur dich. Er grinste und zog mich zu einem Kuss heran und es war perfekt. Ich schätze, dann gibt es nur dich. 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 Ich schätze, dann gibt es nur dich.